Auf dem Gelände der Bavaria zu drehen, ist natürlich auch eine Auszeichnung. Vor allen Dingen trifft man hier eine geballte Ladung von Kompetenz. Und deswegen macht es uns immer wieder Spaß. Natürlich können Sie nach Hollywood, aber Sie müssen gar nicht so weit. Kommen Sie nach München, kommen Sie zur Bavaria, hier gibt es alles. Okay, Ladies and Gentlemen, wir würden jetzt den Trailer aufzeichnen. Vielen Dank.